Es sind Szenen, die ihren Reiz nie verlieren. Flugzeuge im Landeanflug unter Sturmbedingungen. Dennoch war gestern ein besonderer Tag, denn plötzlich verfolgten Hunderttausende im Netz den Livestream eines bis dahin nur Flugnerds bekannten britischen Planespotters am Flughafen London Heathrow. Planespotter ist der Begriff für Fliegerei-Fans, die sich mit Kamera und gegebenenfalls Livestream-Equipment ausgerüstet in den Einflugschneisen der Flughäfen prostieren. Doch Jerry Dyer, der seit 2015 Flugzeuglandungen filmt, bringt Planespotting auf ein anderes Level, denn er kommentiert live im Stil eines Sportreporters. Vielleicht ist Dyers Kommentierung der Grund, warum er am Freitag mit seinem Livestream vor allem in Großbritannien auf prominenten Twitter-Kanälen auftauchte. Die sorgten für entsprechende Reichweite unter ihren Usern. So sahen schließlich bis zu einer Viertelmillion Menschen gleichzeitig zu, wie Dyer die Piloten mit ihren Maschinen eine Nacht der anderen auf die Landebahn begleitete. Und nebenbei auch mal der BBC ein Live-Interview gab. Und neben ihm haben wir einen Qatar A380, der größte kommerzielle Jetliner mit dem Passagier-Jetliner. Oh, Moment, 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 Moment. Du bist gut. Ja, er ging jetzt gerade um und wenn er drei Mal geht, muss er einen Divert. One-Hit-Wonder-Gefahr besteht bei Dyer nicht. Er filmt nach eigenen Angaben mindestens einmal pro Woche am Flughafen Heathrow, bei Sturm oder Starkwind auch öfter. Praktischerweise wohnt er in der Nähe. Sein Publikum ist allerdings deutlich gewachsen. Die Abozahlen seines YouTube-Kanals haben sich innerhalb von 24 Stunden fast verdoppelt, auf rund 250.000.